Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu The Walking Dead, mich schon bei Folge 3 oder Kapitel 3 nach dem, was wir verdienen, sprich what we deserve. Was verdienen wir denn? Die Hölle? Es gibt Menschen, die das sicherlich verdienen. Randall sollte derjenige da sein, nicht dein Bruder sein. Ich werde nicht dich hinterlassen. Du beginnst zu aberzieren, ihre Leute, und unsere Chance zu machen, von hierher zu gehen, von hierher zu gehen. Sie haben ein paar Besucher, nur nach draußen. Norma hat mich gefangen. Ich glaube nicht, dass sie es geht, aber sie hat mich verlassen. Michonne, was ist das? Was ist das, was ich? Schönen Sie einen? Das ist ein neues. Ich weiß nicht. Ich frage mich, ob ich einiges vorher anders machen könnte, beziehungsweise müsse. Alter, muss man sowas anders sehen jetzt? Mich schon, hör auf mit solchen Gedanken. Ich glaube zwar auch nicht, dass die Kinder noch leben, aber... Zwei Wochen früher. Ich frage mich, ob es die beiden noch geschafft haben. Ich frage mich. Hier, ein Koffer wird dich warm. Komm schon. Ja, und reich? Rojo, stop it now! I'm warning you! Das ist süß. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then... a young girl got... taken. We followed a trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her... in this warehouse. All ten of us went in. Only I came out. You did the right thing. And it got my brother killed. The right thing can kiss my arse. A few weeks later I came across Pete. A way up the coast. He saw that look on my face and he... offered me a job. Didn't ask any questions. Didn't turn me away. Just welcomed me in. I don't always get Pete, but... I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. That's in so ner Zeit. Ich kenn' da wen, der wahrscheinlich genauso wäre. Und das fänd' ich ziemlich dumm in so ner Zeit. Naiv. Aber ich denk' da wohl anders. Ja. 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 Wird nicht passieren. Ja. Wird nicht passieren. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Oh Gott, er ist tot. Ich sollte dich stoppen. Warum kannst du das tun? Du wolltest das Arschloch retten, das er wird um den Ernst? Sam, ernsthaft, du bereust das jetzt? Du wirst nicht einen. Du wirst nicht wissen, was ich bin. Sam, calm down. Mein Vater ist noch nicht auf dem Boden. Und du willst mich zu calm down? Ich habe nicht gesagt, dass er alles verletzt hat. Fun on the shore. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Norma. Schöne Scheiße. Michonne und Sadiq, sie haben auch den Rest der Crew, Oak und Berto. Schau, was dieser B**** fragt, nicht! Sadiq! Na toll! Schau! Sie sind alle in guten Handen hier. Aber sie, zu bleiben, ist es für dich. Also, hör auf dich! Ich bin bereit, meinen Bruder für deine Freunde zu verraten. Aber alles, was du für Randall machst, werde ich selbst. Scheiße! Oh nein! Die werden alle drauf, gell? Wenn die ihren Bruder sieht. Ohhhh! Ja ne, du mich auch! Schöne Scheiße! Ich hätt's nicht tun sollen! Mein Gott, der Typ ist so ein Wichser! Ja! Unexpected Guests! Oh ja, really? Scheiße! Komm, spiel, krieg dich ein. Für mein Lied hören. Noch einmal, weil es die letzte Dings ist. Ich hätt' ja mit sowas rechnen müssen, dass sie sagt, wir haben eure Crew! Oh! Ich kenn' doch Walking Dead! Ich... Boah! Scheiße! Das wird artbösehinden! Das ist ein Wichser! 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 Wie gesagt! Ja, spitze! Ihr bündet ein Zombie fest! Ja, so sieht sie's nicht, ne? Im ersten Moment. Ja schon! Oh Gott, das wird... Ihr hört alles brennen. Das hat man ja schon in der Vorschau gesehen. Oder war das... Egal. Eben. Die kannst du verstehen, dass sie nicht gehen will. Klar kann ich's verstehen. Du willst ja jetzt nicht deinen Vater beerdigen, oder? Ich kann das auch verstehen. Ja, das war klar. Dann lass das Wissen zu uns machen. Dann lass das Wissen zu uns machen. Ich bin ja nicht mit dir. Ich bin ja nicht mit dir. Ich bin ja nicht mit dir. Ich verstehe. Sam, du kannst immer noch nicht denken. Meine Mutter ist hier, Paige. Alles, ich habe von ihr. Und Greg, wenn du willst, gehst. Aber ich bin nicht mit dir. Sie wieder mit ihren komischen Haltinationen. Musst ihr nicht leid tun. Aber sie kann trotzdem nicht hierbleiben. Und alle dabei draufgehen. Ich weiß nicht, ob ich ihr nicht helfe. mich schon hilft ihr doch. Ach, chart memory. James. Alles gut. Oder jemand anderem. Ich kann ihn nicht aufhalten, aber er muss sich verteidigen. Das sollten Kinder zwar nicht tun, aber es ist so. Er muss sich verteidigen, wie gesagt. Waffen sind böse. Ich dachte, wir waren sicher hier. Was soll ich machen? Jeder wird manchmal Angst. Ich bin nicht Angst. Nicht? Der Mann, der das getan hat hat, hat mein Vater. Er hat... Ich meine... ... die Dinge, die er gesagt hat... ... die Art er riecht über Vater. Randall ist tot, James. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn gehört. Es gibt mehr Leute kommen... ... zu der Haus. Sam ist tot. ... wenn sie... ... sie kann nicht verletzen. Deine Freundin wird mit mir. Ich werde sicher, dass sie sicher ist. Hier... Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. ... um einen zu haben. Geh das zu deiner Freundin. Norm ist auf der Weg. Was könnten falsch gehen, in einem Moment. Ihm gebe ich doch die Waffe nicht. Sam hat vielleicht gerade nur einen Arm, der funktioniert. Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich glaube, ich habe alles bisher falsch gemacht. Dass Pete und Paige bewaffnet sind. Sind die oben? Wenn der Junge nicht bewaffnet ist, oh, nein, Moment. Ich habe ihm doch gesagt, Sam ist bei mir. Das heißt, Sam ist eigentlich sicher, wenn sie bei mir ist. Und wenn der Junge keine Waffe hat. Oh, Gott. Oh, Gott. Come back. Come back to me. Okay, wer kommt in? Ich bin der Junge, wenn ich hier bin. Ich bin der Junge. Was ist nein? Na ja, wenn die Ghosts sind die Börse und die Dornen. Oh nein, du weißt es nicht. Where is my dad? I'm so sorry, Alex. Alex ist da. Something terrible happened. Bad man came and hurt your dad. What? He shot him. No, I don't believe you. What is he? Please. Did my dad become one of them? It's what happens, right? No, your dad didn't become one of them. He's still your dad. It's not fair. You deserve to know the truth. I didn't want to lie about what happened to your dad. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep the chatter to a minimum. Moment. Hey, ne. Das ist noch nicht mal das Ende. Das kann nur noch schlimmer werden. Aber in der Minute. Das kann nur noch schlimmer werden. Dann folge die Gäste dacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kleine erinnert mich einfach auch noch an wen? An eine sehr kleine Version von einem jetzt erwachsenen Mann Okay, sorry Leute James Fairbanks Alex Fairbanks Alter Wo ist Paige? Super Greg Das ist Gregs Zimmer Ich hätte sie mal ja Paige, wo bist du? Ein Brief Oh nein, Abschiedsbrief Oh Gott Oh Abschiedsbrief Das muss ich ja auch noch sehen Aus der Tür aus Die Steuerung hier, ne? Wo ist denn Paige? Zirka dafür, dass Paige oben Munition bekommt Ach ja Sie ist doch keine gute Schützin, hat sie gesagt Das stimmt, ja Ja. Was Pete. So, hier oben jedenfalls nicht mehr. Oder? Da oben war ich einfach nichts gesehen. Da war doch niemand. Ach hier. Ich bin so fokussiert auf finder Leute. Ich war nicht die Kruppe zuerst. Ich war nicht auf 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 die Kruppe zuerst und zuerst hier. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Du wirst nicht wissen, dass das passieren würde. Ich war nicht auf die Kruppe zuerst. 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 Ich war nicht so. Ich war nicht so. Ich bin so. Durch das Durch das Oh, Mary, don't you weep They are so happy, just hear them sing They must be looking for the coming king For Pharaoh's army got drowned Oh, Mary, don't you weep Oh, Mary, don't you weep Oh, Mary, don't you weep Don't you weep Oh, Mary, don't you weep Okay Schön und auch nicht schön Sieh, wie der alles sieht, ey, mei, 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 mei Okay Au, wir schauen Ich wollt grad sagen Bevor ich Seven-Waffe gebe, beende ich den Part Wir, nein Ihr hört und seht mich beim nächsten Mal wieder Wie ich hier noch mehr weine wahrscheinlich, keine Ahnung Die Spiele sind heftig Ich bin aber auch irgendwie froh, dass ich jemand bin, der hier nicht sitzt und einfach Gefühlskalt spielt Gibt ja auch Leute, die dabei gar nichts fühlen Ich kann mir das einfach nicht verkneifen Weil du denkst einfach Entweder du kannst dich in gewisse Situationen reinversetzen Oder du, wie im Fall von Alex Der erinnert mich an jemanden halt Und Ne, da passiert es halt Und warum sollte ich dich zurückhalten? Ist nur menschlich Ihr hört und seht mich beim nächsten Mal wieder bei Walking Dead mich schon Es müsste ja bald vorbei sein Hoffentlich Ich kann nicht mehr Und danach hab ich ja noch zwei weitere Walking Dead Spiele vor mir Bis zum nächsten Mal Keep on playing, ihr Lieben Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal